Achso, ihr wolltet mich als Middleman, ne? Naja, okay, dann können wir das als Middleman. Gut, dann machen wir das erst mit dem Middleman. Ähm. Jo. Auf CB3. Nee, ihr müsst um, oder geht's ums GS, geht's? Ja, es geht um ein GS. Äh, ich nehm 10%, das wisst ihr. Äh. Was machst du sonst? Aber ich will mich heute kennen. Ähm, ja gut, wie viel willst du denn haben dafür halt? Naja, 10%. Ja, um was ist das? Um was für ne Summe geht das? 15k. 15k, dann krieg ich 1500. Und wer zahlt die? Der Typ, weil er ihn halt geholt hat und weil er es GS haben will. Du willst es GS haben? Ich hab einen Middleman geholt, der umsonst war, der auch nicht scams, kannst du jeden fragen, den du kennst hier. Ja. Und, du musst bezahlen. Du wolltest, dass wir den nehmen, dann kannst du ihn auch bezahlen. Oh, hört sich logisch an. Willst du mich denn mit? Willst du mich denn? Ja, können wir machen. Also, mir ist es eigentlich egal, wenn ich gescampt werde. Also, ich komm nicht. Ja, aber, scheiße, ja, geh weiter, komm. Ich muss auch gleich auf. Okay, also, wollt ihr mich, oder wollt ihr mich nicht? Ja, wollen wir. Ja, komm her. Wenn der, äh, extrem sich halt bezahlt. Naja, ja, kann man dich auch mit einem Item bezahlen? Ja, klar, was für Item nennen. Ja. Ich hab Köpfe, äh, alles, was du willst. Naja, äh, gib mir den Biegen und Rachen. Mit Köpfen kenne ich mich nicht aus. Das ist mehr wert, wie die 1.5.5. In 5 Minuten halt direkt auf, wenn wir das verkauft haben, okay? Welches, welches, welches pH? Äh, Mega-Fanboy. Ja, das war mein Bruder, fack mich ab. Das erste Gens? Äh, ja, mein erstes Gens von Mega-Fanboy. Hier, dieses doppelgemergte, ja? Genau. Ja. Okay. Ja, okay, ähm... Warte mal, warte mal, was ist das denn alles, das Ding? Ich will bitte sehen, dass wir ihm den Kopf, den Kopf... Gib mir halt irgendeinen Kopf. Ähm, aber das machen wir, äh, auf jeden Fall. Auf meinem GS. Ja, könnt ihr machen. Weil dann kann ich, dann kann ich nämlich alle bannen. Außer... Ja, aber erst machen wir Mittelman, okay. Slash, P, Ban, Sternchen. So, oh, ich hab mich selber gebannt. So. So, wie heißt du In-Game? Er heißt, äh, Extreme, so wie im GS. Ja, aber können wir erst Mittelman machen und dann gebe ich dir das Zeug? Nein, wir machen erst mal Zeug und dann geht es. Äh, erst, mal guck mal, ähm... Es läuft so, wie ich sage, okay? Ganz klar. So, P... At... Äh... So, du heißt Extreme, Extreme... Jungs, danach musst du... Wieso steht da noch Origicin? Achso, das ist nur wegen dem T-T. Okay, kannst du dich hier rüber porten? Ja. Achso, du willst zuschauen, oder was? Dann mach mal TPA zu mir, damit du auf der Straße kommst. Weil du kannst ja jetzt nicht zu mir teleporten, weil ich ja alle gebannt habe. Ach lol, ich hab's über deinen Head. Hallo? Jau, jau, jau. Ich hab's über deinen Kopf, Waldräder. Oh, nice. Ist es aber nicht deiner, oder? Dann, dann will ich den. Als Bezahlung. Ist es deiner, oder ist es... Steht auch den Namen, den Namen drauf, also Waldräder oder sowas? Ja, hast du jetzt schon TP gemacht? Aber ich glaub, das ist ein alter... TPA anfrage. hallo extreme ja also in tpa geschickt nein du sollst nein ach so ich ja du wolltest doch zuschauen wie er mir den kopf gibt sonst hätte sonst wäre es schon längst passiert ja okay so da bist du so dass das gs wo alle gesperrt sind ich krieg meinen eigenen kopf als bezahlung und das kann sein dass ein alter ist oder alter ich hatte mal da hier original immer noch den kopf habe ich auch behaupten fähig ist geöffnet nennen kleiner spaß so jetzt geht es um einen platz ich gehe erst einmal ist er erst mal so jetzt gehen wir mal so warte ich bring mal den kopf weg ja macht das genau das war die beute wegbringen genau ja quatsch ich bin schneller auf meinem gs als hier also warte warte aber ich natürlich erst mal hier in der fliege remove dann kann ich hier nicht totgeschlagen aber pvp ist ja sowieso ausgeschaltet kann also nichts passieren so es war erst mal das geld also erst mal die 15k im ich habe jetzt gerade schon den kopf gegeben also du hast was das ist nein 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 du gibst mir einfach das geld ja gib mal ich muss schnell auf also wenn ich das geld habe sage ich einfach dem typen er soll dir das gs geben und dann gebe ich ihm das geld weil dann brauche ich hier gar nicht das gs dann brauche ich das gs gar nicht so zu sagen ja alles in eigentum zu nehmen versteht ihr die setz stopp 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 ja ich weiß noch nicht so er muss mir erst mal das geld geben also 15.000 ja wenn das abgemacht werde ich jetzt die aber drüge ok ok habe ich so extrem hat hier 15.000 gegeben kann man das so machen damit ich ja egal ist es ist alles im stream alles dokumentiert und im nachhinein werde ich hochladen als highlight video deswegen nämlich zehn prozent wegen dieser service leistung ja gut okay pz und naja wie heißt so extrem gleich die konzern als das bot uns gut extrem schreibt mir bitte eine persönliche message dass du das dass du plott besitzer bist und ich das geld überweisen kann also kann es erst gleich p machen und wo damit es hier schriftlich steht falls irgendwas mit dem ton ist also so nach dem motto ich bin plott besitzer kannst du das geld weitergeben irgendwie so einen ganz kurzen satz damit man das sieht ich bin plott besitzer und du kannst ihm das geld payen sehr schön vorbildlich slash p m mega fernbeut 15.000 ja er war nett mit euch geschäfte zu machen jr ich muss jetzt auch nicht endlich mal ganz alles freundlich nicht immer brauchen werde und schon weiter sagen doch schönen tag noch tschüss danke tschüss 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 user disconnected slash portal okay das war doch ein schöner handel mein eigenen kopf abgestaubt mein eigener kopf ist immer eine gute bezahlung ja na ist ok danke gell ich wieder mal tschüss tschüss